Liebe Grünwalder, liebe Bogenhausener, ich kann euch sagen, wie man einen Range Rover unter vier Liter fährt. Man muss ihn stehen lassen. Wir nennen das Nachhaltigkeit durch schwäbische Zwänge. Und ich bin ganz ehrlich, wir haben schwäbische Zwänge in der Familie. Mein Papa zum Beispiel, der Licht-Ausschaltzwang. Also mein Papa schaltet immer das Licht aus, wenn Menschen im Raum in Konversation befindlich sind. Das ist ein Geschrei in der Dunkelheit. Mach's Licht wieder an, nein, für was braucht ihr zum Schwäzer ein Licht? Das ist zwanghaft. Das geht so weit, dass der den FI-Hauptschalter mit Patex verklebt. Mit Kleber gegen Energieverschwendung, er ist so eine Art vorletzte Generation unter Alkohol.